Ich sah heute nach dem Traum vor mir, ein entlos beiges Feld. Millionen Menschen sah ich da, aus anderen Ländern vor Ort. Ich sah im Traum die ganze Menschheit, einig und weshalb von Folterrass und Völkernloch für jetzt und alle Zeit. Ja, sicher. Mach ich ja auch. Naja, es war ein Unterschied, ob es 1000 Leute auf dem Bild sind oder einer. Das steht alleine, die ich jetzt nicht so schön fühle. Vom Fachverfassungsschutz haben ganz andere Geräte. Hallo, ja. Willst du ja stehen? Ja. Drei, 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 zwei, drei, 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 drei. Vielen Dank. Vielen Dank.